Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer Total Warhammer 3 Fans und natürlich auch Blood Bowl Liebhaber. Willkommen auf dem Hamster News Kanal, falls ihr informiert werden wollt, was es so Neues gibt in der Warhammer Total War Welt. Und falls ihr diesen Warhammer Hype Train verstehen wollt, lasst natürlich gerne das Abo und den Daumen hoch da. Wir sehen uns an, was in letzter Zeit passiert ist seit Release. Spoiler Alarm, nicht so sonderlich viel. Ich gebe euch allerdings eine kurze Einschätzung zu Total Warhammer 3 meinerseits mit dem Warrior of Chaos Update. Wir sehen uns einige der bekannten Fehler und Bugs an, die Creative Assembly jetzt released hat. Es sind noch nicht alle, weil von euch habe ich auch noch einige Rückmeldungen bekommen. Und danach sehen wir uns die Blood Bowl Teams an. Oder wisst ihr was, wir gucken uns die Mods an von Total Warhammer 3. Ich glaube, weil das würde euch sicherlich mehr interessieren, ich mache ein separates Video für die Blood Bowl 2 Liga, die nun begonnen hat. Haben sie das auch wieder dabei mit den Amazonen für alle Blood Bowl Friends unter euch. So, Warrior of Chaos DLC ist rausgekommen am 23. August. Jetzt ist Total Warhammer 3 endlich im Beta-Stadium angekommen. Der Warrior of Chaos DLC ist seit dem 27. August draußen, inklusive der World Map Beta und dem Lord Pack und dem Blood Pack. Am 17.02. kam ja Total Warhammer 3 in seiner Alpha oder naja, okay, in der relativ unfertigen Version raus. Seitdem ist Bug Fixing angesagt. Das ist diese Liste hier. Und auch nach Release geht es mit dem Bug Fixing weiter. Bevor wir uns die Bug Fixes und die Bugs ansehen, die Creative Assembly selbst gerade bereits gesehen hat und an denen arbeitet. Kleine Prognose von mir. Die Chaos Zwerge, nach denen immer wieder gefragt wird, die ja auch bereits auf der Karte vorhanden sind mit Zar Nagarond und, glaube ich, heißt das, und also die Dawid Zar, die Chaos Zwerge, die sind ja schon auf der Karte drin. Das sind gerade ein paar Platzhalterfraktionen dort. Werden meiner Meinung nach mit hoher Wahrscheinlichkeit Ende des Jahres angekündigt für das Weihnachtsgeschäft, aber mal sehen. Und ich erwarte die Ankündigung irgendwann mal im Oktober. Weitere Warhammer Games, die mich interessieren, Darktide im November, Space Marine 2 wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr und Rogue Traders auch irgendwann nächstes Jahr rankommt. Der Hightrain ist mittlerweile wieder halbwegs gut. Meine persönliche Meinung zum War of Chaos DLC und dem Zustand von Mortal Empires momentan ist, das Spiel ist in Ordnung. Man kann es nun spielen und viele der Probleme, die davor da gewesen sind, und es waren mannigfaltige, es waren eigentlich unzählige von der Steuerung. Im Multiplayer, der Kampagnen-Balance und der Art und Weise wie Einheiten mit interagieren auf dem Schlachtfeld. Alles mögliche war alles sehr viel repariert worden mittlerweile für Total Warhammer 3, sodass jetzt, als ich es mit dem Immortal Empires Patch gespielt habe, Patch 2.0, der Meinung bin, ja, es ist jetzt in Ordnung. Obwohl mich sehr gewundert hat, dass der legendäre, sehr schwere Schwierigkeitsgrad, auf den ich es gestellt habe, überraschend einfach gewesen ist. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum. Sowohl mit der War of Chaos-Kampagne als auch mit der Village-Kampagne ist das Spiel momentan sehr, sehr einfach. Auf der anderen Seite War of Chaos, die neuen Chaos-Mechaniken mit den Gaben des Chaos und den Sachen, die man aktivieren kann und den Auf-Level-Mechaniken für die Chaos-Truppen finde ich schon richtig gut gelungen. Da habe ich das Gefühl, es kommt richtig Roleplay rein. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber sie sind auf jeden Fall noch bei weitem nicht fertig mit ihrer Entwicklung und mit dem Bug-Fixing. Meiner Meinung nach sind die Schwierigkeitsgrade, der ist irgendwie noch nicht schwierig genug. Gut, da kann ich einen Mod reinhauen und natürlich die Nebensiedlungsschlachten, die sind immer noch so ein kleines bisschen meh. Bloß es gibt einige Probleme, die momentan untersucht werden. Unter anderem, dass anscheinend manche Spiele immer noch sehr von der KI angegriffen werden. Das ist mir jetzt nicht passiert. Ihr könnt gleich gerne auch eure Probleme reinschreiben. Es gab auch das Problem, dass die Besitzer des DLCs ihren DLC nicht spielen konnten, weil er nicht erkannt wird. Auch frühere DLCs. Und das ist auch ein Problem, was wohl mehrere haben. Und hier ist bisher keine Erklärung dafür drin, wie das behoben werden kann. Und es gibt hier zwar so einen angeheften Threat bei Toro Roma 3 auf Steam, aber eine Lösung gibt es dafür noch nicht. Ich kann euch nur empfehlen, versucht es mal neu zu installieren. Vielleicht wird es helfen. Was haben wir noch? Sometimes Game Causes Eyes Drain. Also müde Augen, weil es jetzt nicht so kritisch, glaube ich. Spielt man vielleicht ein bisschen zu lange. Das ist wahrscheinlich das Ding, was Sie ja meinen. Dekorationen sind manchmal nicht da. Aber visuelle Probleme mit Bäumen, Einstellungen des Spieles werden nicht gespeichert. Verfolgende Einheiten, also fliehende Einheiten zu verfolgen ist ein bisschen ineffizient. Gut, das war es früher auch schon. Generell ist es sehr, sehr ineffizient, häufig sehr ineffizient gegen weggelaufende Einheiten zu kämpfen. Weil vor allem, wenn die Angriffsanimationen ein bisschen länger dauern, Einheiten bleiben gerne stehen. Und dann gehen sie in ihre Angriffsanimation und schlagen in die Luft, weil der Gegner bereits weggelaufen ist. Und das wird dafür sicherlich sorgen. Manchmal werden gar nicht so unautomatisch aufgefüllt. Das war auch bei mir schon in Toro Roma 3. In der Slanisch-Kampagne, die ich vor einem halben Jahr gespielt habe, so. Also der Bug ist immer noch drin. Darkland-Choke-Points auf der Karte sind nicht so ganz klar, wo das Terrain nicht passierbar ist. Die Kulte im Kampagnen-Gameplay sind nicht sonderlich wichtig, aber okay, was soll's. Korruptionseffekte sind nicht so schön. Einheiten bleiben immer noch hängen an großen Modellen, aber der sollte doch eigentlich schon gelöst sein. Das wurde jedenfalls angekündigt, dass große Leichen von irgendwelchen Monstern jetzt nicht mehr blockieren für andere Einheiten. Anscheinend ist das noch nicht weg. Und natürlich der wichtigste Punkt, zu viele Belagerungsschlachten. Vor allem Nebensiedlungsschlachten. Aber Creative Assembly hat schon an mehreren Punkten gesagt, dass sie wissen, dass es viel zu viele Nebensiedlungsschlachten gibt. Und an dem wird gearbeitet. Und die wahrscheinlichste Lösung für dieses Problem ist, dass es diese Nebensiedlungsschlachten nur noch dann gibt, wenn eine Siedlung Mauern hat. Wobei noch außen Mauern rangeklatscht werden. Da gibt's ja auch schon einen Mod dazu, der das genau so ändert, mit dem ich auch meine Kampagnen spiele. Und die machen sie deutlich angenehmer. Plageneffekte werden die ganze Zeit von anderen Plagen, also Krankheiten und Seuchen, überschrieben. Einige dämonischen Geschenke haben identische Werte. Gut, das ist ja auch eher nicht so tragisch. Probleme damit, dass Einheiten mit viel Masse ermöglicht, problemlos durch die Frontlinien durchzulaufen. Das ist fast schon erwartet. Also ich hab's persönlich selber noch nicht gesehen, weil ich noch nicht so viel Multiplayer gespielt hab. Übrigens, wenn ihr interessante Multiplayer-Schlachten habt, könnt ihr sie mir wieder einschicken zum Kommentieren. Ich freu mich jetzt drauf. Denn Multiplayer beginnt wieder. Auch wenn, je wir gerade jetzt in der extrem angebalanceten Phase sind mit Mega-OP-Armeen, was ist das momentan? Vampir, Fürsten und Slanash sind momentan die OP-Fraktion. Aber es macht nichts. Ich komm mit dir alles. Und wenn ihr eine Kampagne spielt und ihr habt gerade Probleme weiterzukommen, ihr habt eine Desaster-Schlacht, die eure Kampagne bedroht, könnt ihr mir diese Kampagne einschicken. Und ich werde mal gucken, ob ich eure Desaster-Schlacht, eure Desaster-Kampagne vielleicht retten kann. Nicht die ganze Kampagne, aber wenigstens eine Schlacht. Und außerdem gibt es immer noch Probleme mit D-Sings im Multiplayer, während ein Spieler gerade noch durch seinen End-Turn-Cycle geht. Nun ja, hört sich jetzt nicht nach den allerschlimmsten Bugs an. Ehrlich gesagt hätte ich mir erhofft, dass die Probleme, die sie sich gerade ansehen, wie zum Beispiel der hier ist, Nämlich, dass die DLCs, die jemandem gehören, nicht aktiviert werden. Aber okay, was soll's. Wir können uns außerdem noch einmal in die Patch-Notes reingucken, denn es ist ja bereits ein weiterer Patch oder sogar zwei weitere Patches in Arbeit. Nämlich einerseits das Update 2.1. Und das soll, das wurde glaube ich schon gesagt, das Wann kommt es raus? Am 6. September. Das heißt, das ist, wenn ihr das seht, schon nächste Woche am Dienstag. Und das können wir auch mal direkt in den Hype-Train eintragen. Nämlich Patch 2.1. Am 6. September. Also fast schon direkt hinterher. So, als hätten sie dieses Update, den Patch 2.0, gerade so noch durch die Tür rausschieben wollen. Ähm, und das haben sie ja auch gemacht. Aber immerhin, ich meine, der Zustand ist gar nicht mal so übel, meiner Meinung nach. Okay. Dann haben wir den Patch 2.1 drin. Am 6. September. Ich packe ihn mal hier unten rein. Ähm, im Moment Lampires ist da, das sehen wir jetzt. Patch 2.1. Und kurz darauf, ich schiebe mal kurz die Chaos-Werge ein bisschen zur Seite, kommt außerdem auch Patch 2.2 raus. Was sind die Inhalte dieser Patches? Ähm, Patch 2.2 vermutlich dann irgendwann, wenn wir jetzt September haben, ähm, wird er wahrscheinlich irgendwann vermutlich irgendwo so um den 20. rauskommen. Aber ich schreibe jetzt erstmal nur Ende September rein für den Patch 2.2. So, und die Änderungen, die wir hier im Patch 2.2 sehen werden, im Hypetrain und im Patch 2.1, ähm, sind, Moment, sehen wir hier. Wir kriegen einerseits das Assembly-Kit, das schon lange, lange, lange angekündigt worden ist, von dem gesagt worden ist von Creative Assembly, dass die, ähm, Content-Creator, die Modder in der Lage sind, bessere Mods zu machen. Beziehungsweise, was steht es denn hier? Also, das erste Update 2.1 am 6. September wird noch keine Probleme beheben, die jetzt gerade an Creative Assembly berichtet werden, sondern stattdessen werden wir, ja, werden sie, ähm, aufgrund, äh, auf, äh, auf das Feedback der Content-Creator-Truppe reagieren. Ja, okay, ähm, habe ich jetzt nicht gesehen, mal gespannt, was das ist. Hoffentlich eine reduzierte Anzahl an Nebensiedlungsschlachten, weil das ja auch schon in einem Interview von Creative Assembly nochmal gesagt worden ist, dass sie da dran arbeiten wollen. Ich weiß, er wenig häufig, ich denke, das ist momentan noch der größte Knackpunkt von Total Warma 3. Und wenn ihr übrigens fragt, hey, Hamster, solltet ihr euch Total War Warma 2 oder 3 holen, was ist momentan noch die bessere Wahl? Meiner Meinung nach immer noch Total War Warhammer 2 für den Großteil des Contents. Ich glaube, es wird nicht mehr lange so bleiben. Also, der Unterschied ist jedenfalls meiner Meinung nach nicht mehr so groß. Total War Warma 2 ist immer noch überlegen, denke ich, weil es vielerfreier funktioniert. Aber weil, ich meine, es ist schon geil, die neue Kampagne mit Warma 3. Aber es hängt noch ein kleines bisschen, habe ich das Gefühl, es fühlt sich in der Kampagne noch ein bisschen anders an. Aber man kann es gut spielen. Ich denke, es ist fast schon gleichwertig. Aber bald, würde ich sagen, ist Warma 3 dann überlegen. Aber bisher kann man, denke ich, auch noch mit Total Warma 2 mehr als genug Spaß haben. Das Spiel ist ja riesengroß. Also, dann, oh, Moment, ich habe es doch ein bisschen verschoben. Ich dachte, das Update 2.1.2 kommt früher. Aber nee, im frühen Oktober kommt das Update 2.2 raus. Ich habe es verpeilt, Leute. Wir schieben es hier hin. Anfang, nicht Ende September, sondern Anfang Oktober kommt erst der nächste Patch raus. Oktober braucht noch ein bisschen. Wir haben ja erst mal September, der jetzt erst mal anfängt. Ein paar bisschen Zeit haben wir noch. So, und sie sind sich noch nicht ganz sicher, was Update 2.2 enthalten wird. Aber was geplant ist, ist das Assembly Kit. Und zwar für die Modder, das dann in Update 2.1 oder 2.2 rauskommen wird. Außerdem die Zinsch, Doom Knight Models, okay. Kriegs Warrior of Chaos Konfederation, die ja momentan noch nicht funktionieren. Es wurde auch gesagt, dass nur Archaren und also das ungeteilte Chaos mit anderen Chaos-Fraktionen konfederieren will und werden können. Und nicht alle mit allen. Aber es wird für Archaren, genau. Und Belakor gehen. Für die zwei, nicht für Kolek Sonnenfresser. Archaren und Belakor würden andere, werden andere Krieger des Chaos-Fraktionen konfederieren können. Und alle nicht. Aber es werden an weiteren Techniken gearbeitet, wie man alle legendären Lords in seiner Fraktion vereinheitlichen kann. Eine Sache, auf die ich mich freue. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eigentlich schon einen Mod dafür gibt. Aber bei Creative Assembly wird es auch noch einführen. Ultimate Crisis Mod. Mit dem es dann möglich sein wird, alle Endgame-Events zu aktivieren. Und natürlich werden wir das instantan machen. Sobald es verfügbar ist und alle Endgame-Events so schnell wie möglich aktivieren, müssen wir nur entscheiden, mit welcher Friktion wir das machen sollen. So, und danach kommt dann Update 2.2. Und was da drin vorkommt, wissen wir natürlich nicht. Ja, so viel dazu. Was sind momentan eure Probleme mit Total Warmer 3? Also habt ihr noch irgendwelche Bugs, die ihr gefunden habt oder nicht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber generell verstehe ich momentan die generell gute Stimmung zu Total Warmer 3. Das Spiel ist auf einem sehr guten Weg. Es ist auf jeden Fall bei weitem nicht mehr das buggeplagte, halbfertige Spiel, das es bisher lange Zeit gewesen ist. Es ist jetzt schon ganz ordentlich. Oh, aber man sieht auch, wir sind gerade gar für eine kurze Zeit in einem kleinen News-Vakuum. Ich kann euch da gerade auch nicht wirklich viel dazu bringen. Aber wir können uns die Mods ansehen, die meiner Meinung nach sehr, sehr gut sind und die man sich auf jeden Fall holen sollte. Wenn man momentan gerade ein kleines bisschen mehr Spaß haben möchte mit Total Warhammer, gehen wir mal auf meine subscribed Items. Ich habe eine ganze Menge subscribed. Total War Millennium Modern Warfare, da kann man auch mit Artillerie und Maschinengewehrinfanterie in die Schlacht ziehen. Jedenfalls mit dem Pirium. Das ist nicht unbedingt... Oh, ich soll streamen, das starten. Mai ist nicht. Der wichtigste Mod mit Abstand von allen, den ihr haben solltet, ist... Wo ist er? Wo ist er? Ich finde ihn nicht. Er heißt More Land Battles, aber irgendwie... Da ist er. Der More Land Battles Mod. Unbedingt der beste. Ich gehe davon aus, dass vielleicht schon mit Patch 2.1, spätestens mit 2.2, dieser Mod ebenfalls Standard ist des Spiels, mindestens als Option, wenn man will. Damit erhöht sich die Anzahl an Landschlachten, weil alle Nebensiedlungsschlachten nun umgewandelt werden in Landschlachten außer Schlachten, außer Siedlungen, die einen Hafen haben oder die bereits auf Level 3 aufgelevelt sind. Und das finde ich sehr, sehr gut. Der Mod ändert allerdings nichts daran. Also es gibt weitere Nebensiedlungsschlachten, wenn man ein Verteidiger ist. Und ich denke, das ist auch in Ordnung. Das ist meiner Meinung nach das Beste. UI Improvements. Okay, sieht das ganze Menü ein bisschen besser aus. Ich meine vor allem auch ein Mod, von dem ich davon ausgehe, dass er bald in der Standardversion drin ist. Nämlich Sachen, die man baut, sind nun grün. Sachen, die man abreißt, sind damit rot. Gut, also auf jeden Fall, denke ich, absolut notwendig, damit man nicht ausfählen auf irgendwas klickt und weiß, was man hat. Bald wird der Mixes Legendary Lords Update rauskommen, der es uns ermöglicht, ganz, ganz viele neue Legendary Lords zu haben. Genauso wie also neue Fraktionen natürlich ebenfalls, die dazugehören, wie eben mit Total Warhammer 2. Man sieht, die haben schon mit den Hufen gescharrt in Vorbereitung und haben wahrscheinlich im Hintergrund schon fast vollkommen aufgearbeitet. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. List of Added Characters. Klicken wir mal drauf, weil ja alles dabei ist. Funktioniert das eigentlich schon? Wisst ihr was? Wir starten kurz mal Total Warhammer. Ob wir das bereits machen können. Wir brauchen ja einen Mixus Faction Unlocker. Gibt es den auch schon? Wir gucken, klicken wir mal auf Mixus Profil. Das ist privat. Aber er ist offensichtlich auch ein Cyberpunk-Fan. Er hat nämlich sein Avatar auf Steam cyberpunkig gemacht. Ich persönlich bin auch ein Cyberpunk-Fan. Das war auch so ein Spiel wie Total Warhammer 3. Als es wohl rausgekommen ist, war es schon eher so ein bisschen buggy. Aber es hat sich dann wirklich zu einem guten Spiel entwickelt. Gibt es schon den Faction Unlocker? Den Faction Unlocker gibt es offensichtlich leider noch nicht. Da müssen wir noch drauf warten. Das heißt, die legendären Lords sind zwar da, aber man kann sie nicht spielen. Jedenfalls nicht in der Kampagne. Da müssen wir noch ein kleines bisschen drauf warten. Aber bestimmt nicht mehr übermäßig lange. Schlachtstandarten und Offiziere in dem Regiment. Die finde ich ziemlich cool. Da habt ihr nämlich einen Standartenträger und einen Helden oder einen Offizier in euren Regimenten. Das macht für mich, vor allem wenn man da reinzoomt, einen großen Unterschied, weil ich es einfach cool finde. So ein bisschen Erinnerung. Show Me the Fatigue fand ich auch einen recht netten Mod. Mod, weil ich habe da ein Tutorial dazu gemacht, der euch sagt, was die Erschöpfung von Einheiten macht. Aber man weiß es trotzdem nicht so richtig. Mit diesem Mod kann man dann sehen, hier oben in der Einheitenkarte, da sind so ein paar Symbole. Und man sieht es dann auch in den Einheitenwerten in der Einheitenkarte. Wie weit sich die Nahkampf- oder die generellen Einheitenwerte reduzieren, wenn eure Einheit erschöpfter ist. Hier ist es überraschenderweise, wie die Eingeweihten wissen das, reduziert sich auch die Rüstung um 25 Prozent, wenn wir die maximale Erschöpfung erreicht haben. Auch Nahkampfabwehr reduziert sich auch von Nahkampfangriff und die Geschwindigkeit. Und das ist schon eine ganz nette Sache. Könnte eigentlich auch ruhig im Spiel standardmäßig mit drin sein. Aber ich glaube nicht, dass das so passieren wird. Obwohl es eigentlich schon ziemlich praktisch wäre. Dann haben wir Tertal Total War Millennium Modern Warfare. Falls ihr Bock habt, mit Panzerhaubitzen und Sturmtruppen oder was weiß ich, was das hier alles ist, in die Schlacht zu ziehen, müsst ihr mit diesem Mod in die Kampagne gehen und dann das Impeeldom spielen. Und wenn ihr eure Gebäudeketten weit genug entwickelt habt, könnt ihr mit Artillerie und modernen Kampfeinheiten in die Schlacht, die tatsächlich gar nicht mal so mega OP sind. Ich habe sie schon mal ausprobiert. Aber okay, ist vielleicht nicht nur der geilste Mod aller Zeiten, aber ganz nett. Dann natürlich aus Copas und Red Dragons Solland Mod, mit dem ich auch schon eine kleine Kampagne gespielt habe. Aber ich glaube, die ist momentan noch nicht für die Kampagne da, deswegen erstmal noch nicht so wichtig. Ein weiterer Mod, der für die vor allem Tabletop-Freunde besonders interessant sein wird, ist der Steel Faith Online Grimhammer 3 Mod. Ich habe praktisch fast schon eine Total Conversion von Total Warhammer 3, der so ziemlich alles verändert. Die Einheiten, die euch zur Verfügung stehen, die Kampfmechaniken, die Magie. Es ist ziemlich krass. Aber ich weiß noch nicht genau, wie weit der Mod bereits abgeschlossen ist. Es gibt hier nochmal einen Main Mod. Ich klicke hier mal drauf, Steel Faith Online Grimhammer 3 Update in Progress. Das war eigentlich das, was ich gerade angeklickt habe. Warten wir mal, bis es fertig ist und dann machen wir auch damit eine Kampagne. Falls ihr ein bisschen Abwechslung in eurer Kampagne braucht, falls ihr noch schon alle, was weiß ich, wie viele, 30 Funktionen durchgespielt habt. In der Kampagne könnt ihr mit dem Change-Starting-Settlement-Mod außerdem eure Startposition von eurer Funktion verändern. Was haben wir noch? One-Button-Respect. Dann könnt ihr eure Lords und eure Helden respecken mit Erfahrungspunkten. Was haben wir noch? Building-Progressions-Icons. Die finde ich persönlich immer ganz nett, weil ja alle... Oh Gott, wir sind schon 30 Minuten wieder drin. Weil alle Gebäude in den Gebäudeketten, die man sie baut, haben immer das gleiche Symbol. Jedenfalls bei fast allen, außer von der Hauptgebäudekette. Und hier mit diesem Mod verändern die sich, wie man zum Beispiel hier bei dem Stahl oder bei der Kavalerie-Kaserne sieht. Also erstmal Kleimpferd, Einhornpferd, nochmal Doppel-Einhornpferd mit Chaos. Und das finde ich persönlich sehr, sehr angenehm. Und hier kleine Fackel, mittlere Fackel und Lampe. Das ist ziemlich krass, da sieht man ein bisschen mehr Unterschiede. Das macht das Ganze ein bisschen angenehmer anzugucken, meiner Meinung nach. Und der macht auch nichts kaputt, weil er nur diese Bildchen ändert. Das sind ziemlich nette Mods. Total Chaos Realms brauchen wir nicht mehr. Den kann man jetzt mittlerweile... Ja, wir brauchen es einfach nicht mehr spielen. Mit den Rissen des Chaos. Was haben wir noch? Und Ascopas Battlemaster. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wie der ändert. Er wird auf ihrem... verändert die Belagungswelle. Macht die Wände stärker und die Einheiten klettern langsamer. Tore kann man nur noch durch Ramböcke öffnen. Ehrlich gesagt schon eine ganz nette Änderung, weil Tore sind so schlecht, dass selbst ein Regiment Hunde, die innerhalb kürzester Zeit niederreißen kann, wie auch immer das funktioniert. Und gut, Welle sind sowieso nicht so wirklich wichtig, weil man kann halt einfach... Jeder kann mit Leitern hoch und das macht immerhin ein kleines bisschen Unterschied. Plus, ihr kriegt ein bisschen mehr Kampagnenbeweglichkeit in eurem eigenen Territorium, damit gegnerische Armeen nicht die ganze Schose machen. Und von wegen wird sie bleiben ein Zentimeter vor eurer Armee entfernt und ihr könnt sie niemals fangen. Ja, insofern. Das sind die wichtigen Ausleihen. In dem besseren Kameramod habe ich auch ein Tutorial gemacht, wie ihr das aktivieren könnt. Jo, was sind eure Lieblingsmods momentan? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten können wir einmal in die beliebtesten Mods reingucken, die es momentan gibt. Also Unsubscribe from All machen wir bestimmt nicht. Ich springe mal kurz zurück. Was mag die Community momentan? Wir können ja natürlich auch dann bei Gelegenheit gerne ausprobieren. Better Kameramod, klar. Den lieben alle Settlement Capture Pictures. Die müssten jetzt eigentlich auch dabei sein mit Mod 2.1. Aber ich schätze, wir haben sie nochmal ein paar mehr hinzugefügt. Besiegte legendäre Lords gibt es auch als Mod. Ganz nett, weil Creative Assembly hat ja gesagt, sie arbeiten dran, wie man irgendwie diese ganzen legendären Lords nachher in seine Fraktion vereinnahmen kann. Und es gibt halt schon einen Mod, der das macht. Aber so ist es ja immer. Die Modder sind da meistens ein bisschen schneller, weil sie genau das machen, was sie haben wollen. Verschiedene Währungen. Da haben, glaube ich, die Grünhäute Zähne anstatt Gold. Und die Zwergen Donnerbargen, also so Zeppeline der Zwerge, die rumfliegen und aus der Entfernung schießen. Neue Einheiten, wie die Bruisers, eine Heldeneinheit für die Oberkönigreiche. Dampfpanzer, die ein bisschen anders aussehen. Etwas bessere Immortal Empire Landmark-Städte. Und ich würde mal sagen, das sieht doch alles soweit ganz gut aus. So, und das würde ich mal sagen, das soll es erstmal gewesen sein für diese Runde. Ich weiß, es gab jetzt nicht sehr viel News. Bald werden wir allerdings ein bisschen mehr haben. Kolek wird übrigens immer größer. Wir sehen, je mehr Vasallen man hat. Wie groß wird Kolek eigentlich? Ich weiß es nicht. Ist auch nicht so wichtig. Und ja, das war es für heute. Übrigens haltet auch Ausschau. Ich denke, wir werden uns heute auch nochmal die ganzen Blood Bowl Teams ansehen. Die gestartete Blood Bowl Liga. Und ja, soviel dazu. Die Kampagnen, die momentan gespielt werden, werden natürlich weiterlaufen. Das ist Wurzak erstmal und das ist Village. Und ich habe noch einige Episoden für Nagash in petto. Wobei ich gerade überlege, vielleicht ein bisschen mehr zu streamen. Vielleicht montags, mittwochs und sonntags oder montags, freitags und sonntags. Könnt ihr auch mal reinschreiben, was euer Lieblings-Stream-Tag ist. So, ansonsten bedanke ich mich für's Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Auch wenn es heute zugegebenermaßen nur so mäßig viel Neues gab. Aber ich bin froh, ich bin wieder zurück zu Hause. Und deswegen gibt es wieder den Hype-Train. Ich hoffe, ihr seid auch glücklich darüber. Was habe ich als letztes hier in den Hype-Train geschrieben? Oh, Halblinge, confirmed. Damit hätte ich das Video eigentlich beginnen können. Das war von DarthPlays. Hat das auch ein YouTuber? Der hier ein Screenshot aus dem Ladebildschirm gemacht hat. I may be small, but I'm strong. Hello, ten years and a scaven mind makes you damn strong. If I get in close, I can snap their puny necks like a twig. I could teach you Empire Boy this thing or two about it. That's as sure as mutton. Also, ich bin vielleicht klein, aber ich bin stark. Verdammt, zehn Jahre in einer Scaven-Mine macht mich verdammt stark. Ich weiß nicht, ich glaube, das macht mich ja tot. Okay, aber wenn ich in den Nahkampf komme, kann ich ihre kleinen Hälse wie ein Zweig umdrehen. Könnt ihr euch Imperiums-Jungs eine oder andere Dinge beibringen? Und das ist sicher wie Mutton. Was ist das? Ziegenfleisch, glaube ich. Fassbinder, the strong, halfling, mercenary. Ich glaube, das ist einer, der gerne läutenden Bären aufbindet. Halblinge, confirmed. Ich bin der Meinung, ja. Mindestens, wenn der Halbling-Mod wieder im Steam Workshop aktiviert wird. Den werden wir dann allerdings erst im nächsten oder übernächsten Jahr sehen. Und, gut, die Prognose ist aber auch ziemlich eindeutig. Jetzt, da Creative Assembly doch den Weg zu einem guten Total Warmer-Spiel gefunden hat, werden wir, ja, auch die ganzen Updates und neuen Fraktionen sehen. Übrigens, eine News, zu der habe ich, glaube ich, leider keinen Screenshot gemacht. Und ich hätte sie vielleicht viel früher schon bringen sollen. Aber ich glaube, da war ich im Urlaub, als ich es gesehen habe. Denn nämlich, es stellt Creative Assembly wieder Leute ein für ein Actionspiel, das sie machen wollen. Und einen neuen, bisher noch nicht vorgestellten Total Warmer-Titel. Da kann ich mal die News-Seite von denen verfolgen. Mal sehen, ob es da was Neues gibt. Aber soweit, so gut. Hype Train läuft. Spiel ist gut. Multiplayer kann bald wieder beginnen. Schickt mir die Replays ein. Kampagnen. Schlachten. Die Desaster-Schlachten. Und ich danke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Die Desaster-Schlachten. Die Desaster-Schlachten. Die Desaster-Schlachten. Die Desaster-Schlachten. Die Desaster-Schlachten. Die Desaster-Schlachten. Die Desaster-Schlachten.